Hallo meine Freunde und willkommen zurück zuletzt bei Spyro, Ryptos Rage. Im letzten Part haben wir auch hier diese kleine Frostwelt einigermaßen abgeschlossen. Wir haben ein paar Kugeln noch gesammelt und haben es dann tatsächlich geschafft, hier uns den Freweg frei zu bomben sozusagen. Und jetzt wollen wir hier mal schauen. Das ist doch das Portal gewesen, oder? Ist es nicht dieses Portal, durch das die uns schicken wollten? Oh, ah, da gibt es ja nochmal eine Welt. Roboter Bauernhof. Okay, das kann interessant werden. Da bin ich mal gespannt. Ich glaube, also wenn ich mir das jetzt mal so anschaue, glaube ich sehr stark, dass das Spiel gerade ins Finale geht. Es wird... Oh, hi. Es wirkt auf jeden Fall so auf mich, dass es sehr, sehr stark gerade ins Finale geht. Was jetzt unbedingt, äh... Was zwar sehr, sehr kurz wäre, aber das wissen wir ja vom ersten Teil schon. Der erste Teil war auch brutal kurz. So, einmal hier alles... Na, nimm alles mit. Da noch was? Nee. Oh, da ist sogar der Boss. Ripto's Arena, okay. Dann ist hier sogar Boss-Time. Aber dem wird's... Oh, ich hab schon genug Kugeln. Oh, äh, okay, ich hab schon genug Kugeln. Upsi, ich könnte das Spiel jetzt beenden. Aber das wollen wir natürlich noch nicht. Weil es gibt hier nur eine Welt, die wir anschauen wollen. Hier, den Roboter Bauernhof. Den wollen wir uns noch anschauen. Ist ja klar. Ich meine, wir könnten das Spiel jetzt beenden. Will ich aber nicht. Auch wenn wir, wie gesagt, keine 100% machen, aber... Wir wollen uns immerhin die Welten anschauen. Komm schon. Roboter Bauernhof. Bin ich mal gespannt. Aber ich bin doch schon sehr auf den Bosskampf gespannt. Ich denke mal, der könnte gut knackig werden. Also Galb, Gulb, je nachdem, war jetzt nicht unbedingt leicht. Okay. Klar, das mach ich doch. Was ist denn das? Ich hab da irgendwas im Mund. Ich weiß nicht, was ich im Mund hab. Spyro, musst du alles im Mund nehmen, was du findest? Äh. Ja, ja. Ich will auf die da spucken. Da. Sag mal, könnt ihr mal aufhören? Als ob das mich hier getroffen hat. Wirklich. Ich glaub, so weit geht das nicht, oder? Hä? Ne, ne, ne. So weit geht das nicht. Aber wir können es ja anders machen. Denn wenn ich das jetzt so richtig sehe, dann... können mir die hier nichts antun. Und ich kann einfach hier so snipern. Perfekt. Perfekt. So. Haben wir hier mal ein bisschen... Bisschen Kohle. Das ist aber auch so ein kleines Problem, das ich gerade mit dem Spiel hab, muss ich sagen. Aber diese Problematik hatte man auch schon im ersten Teil. Diese Diamanten, die man alle aufsammelt. Man hat das Gefühl, dass sie... Dass sie nutzlos sind. Äh. Stirbst du? Ah. Ja. Okay. Man hat das Gefühl, dass sie nutzlos sind. Irgendwie kann man damit nicht wirklich was machen. Man kann McMoney-Sacker ein bisschen Geld geben. Allerdings ist das halt wirklich gar nichts. Aber gleichzeitig kann man halt nicht wirklich so viel verlangen. Weil was ist jetzt, wenn man das Spiel einfach nur durchrushen will? Dann würde man das ja alles nicht schaffen, weil man ja nicht genügend Kristalle hat. Also irgendwie... Ha. Mir fehlt aber trotzdem so eine fette... Weiß nicht. So eine fette Belohnung irgendwie. Die fehlt mir irgendwie. Eine kleine... Eine kleine Befriedigung. Roms. Wunderbar. Okay. 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 Nein. Ui. Nicht runterfallen. Nicht runterfallen. So. Aber trotzdem will ich natürlich die... Diamanten einsammeln. Es ist halt eher so ein... Man kann halt nichts mit denen machen. Aber es ist halt eher so ein Sammlerdrang, glaube ich. Es ist wirklich so ein kleiner Sammlerdrang. So. Im Endeffekt machen sie das, um das Spiel... Künstlich ein bisschen zu... Verlängern. Weil er auch schon Teil 1 sehr, sehr kurz war. Und es wirkt auf mich auch so, dass auch der Teil hier... nicht unbedingt der längste sein wird. Weil, wie gesagt, es schaut für mich schon sehr stark danach aus... Das wir jetzt dann Ripto besiegen werden. Eventuell vielleicht... Je nachdem, wie weit es geht... Vielleicht im nächsten oder übernächsten Part. Also viele Parts werden es auf jeden Fall nicht mehr. Aua. Das kann man auf jeden Fall sagen. Das kann man auf jeden Fall sagen. Ist hier irgendwo... Ist hier noch was? Nö. Hier... Ah, hier ist was. Sehr schön. Da kann man nochmal ein paar... Diamanten mitnehmen. Warum ist mein Chameleon weg? Habe ich jetzt so viel Schaden erlitten? Echt jetzt? Da kann ich drauf aufgepasst. Muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Ich schätze mal, genau deswegen ist mein Chameleon weg. Weil ich nicht wirklich aufgepasst habe. Deswegen ist mein Chameleon weg. Ungudi. So, wie komme ich da... durch? ruhig. Wie mache ich das? Hüpp. Und hüpp. Hüpp. Perfekt. Kann ich dich auch gleich... Nein. Okay. Ich meine, ich kann es abkürzen, indem ich gleich so einen... so einen Kopfstoß drauf mache. Aber nein, ich muss sie tatsächlich erst umdrehen. Ist okay. Man wollte es ja mal versuchen. Einfach mal ausprobieren, ob das funktioniert. Hier war doch gerade irgendwo eine Fee, oder? Ja, genau. Wusste ich doch nicht. Ich hatte hier irgendwo eine Fee noch genommen. Sehr schön. Röpada. Zack. Na ja, kurz warten. Und... Rums. Zack. Okay. Da vorne ist ein Bauer, der will wahrscheinlich unsere Hilfe. Dem werden wir auch gleich helfen. Können wir hier ein bisschen Harvest Moon spielen. So, was willst du von mir? Erstmal hier, zack. Wunderbar. Diese miesen Schädlinge machen sich über meine Roboter-Vogelscheuchen lustig. Kannst du sie jagen und grillen, Spyro? Röste die Käfer. Welche Käfer? Ach, diese Käfer. So. Komm her! Okay. Einen haben wir schon mal. Ich glaube, ich habe nur einen getroffen, wenn ich mich nicht höre. Da haben wir doch was. Wunderbar. Gleich mal mitnehmen. Perfekt. Schauen wir mal kurz, ob man hier noch irgendwo... Nein. So, wo sind sie jetzt? Da drüben. Ach. Da ist sie nicht gekriegt. So, schneller, 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 schneller. Ja. Sehr schön. Jetzt habe ich dich. Yes. Meine Felder sind von den fliegenden Schädlingen befreit. Nimm dieses Dingsbums, das ich gestern ausgegraben habe. Yeah. Wir haben einen Dingsbums erhalten. Also wir können Dingsbums, das ist ein Bumsdings. Fantastisch. Wir haben einen Dingsbums erhalten. Wir freuen uns. So, mal hier rüber. So, mal hier rüber. Du gehst mir gerade relativ auf den Sack, deswegen mache ich dich einfach mal kaputt. Hätte ich jetzt einfach mal gesagt. Legitim. Kann man das wegschieben? Nein. Hey, 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 hey. Dich habe ich ja gar nicht gesehen. Hör auf, einfach so hinterrückst mich anzugreifen. Das ist ja fast schon, als ob du böser wärst, als ob du mich besiegen willst. Mach doch sowas nicht. So, du hör mal auf mit dem Scheiß. So, und... Sniper! War schlecht gesnipert. Nochmal neu. Sniper! Sehr schlecht gesnipert. Nochmal neu. So nett. Hör! Ha! Beim ersten Versuch. Gibt es hier was? Ah, ich könnte da wahrscheinlich da rüber springen, oder? Nein. Kann man nicht. Okay. Ach so. Ah, so läuft es. Bombs! Fast. Ach, so läuft es. Dann machen wir es so. So, und tschüss. Wunderbar. So, hier kann ich... Hm. Okay. Warte mal. Ich muss mal... Ich muss mal... Ich muss mal das... Was hat mich da jetzt bitte getroffen? So, ich muss mal hier das Ding da kaputt machen. Ich muss mal die Biene kaputt machen, ja? Hier, zack! Wunderbar. Die muss jetzt erstmal kaputt gemacht werden. So, dich muss ich auch kaputt machen. Es tut mir leid. Es ist rechtlich, ist das so vorgegeben. Ich halte mich nur ins Gesetz. Jetzt hier was? Schauen wir mal. Nein, nichts versteckt. Können wir aufhören, von da oben fest auf mich runter zu schubsen? Das ist nicht nett. Wie komme ich denn zu dem... Ah, okay. Alles klar. Ja! Wunderbar. Und jetzt darüber. Sehr schön. Und tschüss. So, da haben wir nochmal was. Kleine Diamanten. Diamanten machen einen glücklich. Das sind Glücksdiamanten sozusagen. Hier nochmal was. Äh, war ich da... Ja, da unten war ich schon. Hier oben vielleicht irgendwas im Gras versteckt? Nein, aber... Oh, ich kann hier oben drauf. Oh, hi! Gut gemacht, Spyro. Diese Fächer werden sich jetzt von den Feldern fernhalten. Belohnung gefährlich. Äh, danke? Das hat uns für mich hier so ausgeschaut, als ob... Also, ich will ja nichts sagen, aber für mich... sah das als eher danach aus... Dass die noch nicht fertig ist, aber... Ist okay. Ich weiß noch nicht, warum sie jetzt an ist, was ich getan habe, um sie anzumachen. Ich bin eigentlich nur hierher gelaufen und hab nichts getan. Ich weiß nicht, was ich getan haben soll, damit sie angeht. Eine Kugel noch. Ich weiß nicht wirklich, was ich da jetzt... groß beigetragen haben soll. So, warte mal. Äh, hier weiter. Hier müsste es noch ein paar Diamanten geben und auch irgendwo... Warte mal, hier war ich doch. Wo komme ich denn, wenn ich hier so... Aha! Dann gibt es hier jetzt noch ein paar Diamanten auf jeden Fall. Ah, dann kann ich da rüberspringen. Alles klar. Aber zuerst mal hier checken... Äh... Guten Tag. Ähm... Okay. Dann machen wir es halt so. Äh... Ja. Ah, das geht da jetzt nicht. Hö! Okay. Feini. Hast du für... Du hast für mich nichts. Nee. Hat jetzt irgendjemand für mich mal... Ich bin früher mit dem Traktor über den ganzen Hof gefahren, aber so ein blöder Roboter hat den Weg blockiert. Kannst du ihn mit einer Superladung freimachen? Ah! Ach, das schon wieder. Gut, den werden wir dann noch suchen. Und diese Fragezeichenkrüge, die finde ich irgendwie komisch. Die sind jetzt nicht unbedingt meins. Aber... Ist jetzt Geschmackssache. Okay, los geht's! Äh... Ich bin runtergefallen. Kann ich mal... Ja... Ja... Okay. Fuck. Ich hab das Gefühl, das wird nicht leicht. Na. Muss ich die Mission jetzt nochmal annehmen bei ihm? Nö. Okay, das kriegen wir hin. Los geht's! Höh! Höh! Er ist nicht abgesprungen. Oh, halt da. Da seh ich doch was. Da seh ich doch was! Roms! Ah, da. Ist das nicht hier gleich in der Nähe? Das müsste doch hier drüben sein. Ja, genau. Äh... Weiß ich jetzt gerade nicht auswendig. Werde ich aber dann schon noch finden. So, jetzt lassen wir hier den ganzen Weg entlang. ... ... ... Los geht's! ... ... ... ... Und... ... ... Irgendwie springt der da nicht gescheit ab Warum springt der da nicht gescheit ab Was mache ich falsch Warum springt er nicht gescheit ab Irgendwas muss ich falsch machen Ich weiß nur nicht was Jetzt hat Ich habe einen übersehen Da ist er wieder nicht gescheit abgesprungen Warum springt er manchmal gescheit ab Und manchmal nicht Ist das einfach nur so ein enges Zeitfenster Kann das Ach warte mal was sehe ich denn da hinten Kann das wirklich sein Ach immer noch nicht Ist das nicht hier sogar in der Nähe Warte mal Ist das nicht sogar da oben gleich Hier oben Ne 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 Er war ja bei einem wo es sich Irgendwo hier muss es sein Oder Das Sehr schön Ja komm lass mich durch Wunderbar So dann haben wir jetzt eigentlich Hier nur noch dieses Eine Kugel Es ist nicht unbedingt meine Stärke Aber das will ich ehrlich gesagt haben Aua Das hat auch ein Problem mit Spyro Aber das ist glaube ich eher das Problem Das ich damit habe Und sonst niemand Weil ich einfach Viel zu ungeduldig bin Das ist alles Also das kann man dem Spiel nicht angreifen Weil ich Es liegt einfach nur daran Dass ich zu ungeduldig bin Viel zu ungeduldig Ist fürchterlich Ist fürchterlich Bin viel zu ungeduldig So Die Welt Würde ich jetzt aber ganz gerne Ehrlich gesagt noch Abschließen Wenn ich darf Wenn ich darf Fuck Ich habe es extra Abgeblockt Weil ich gemeint habe Das hier vorbei ist Oh das ist ja immer noch nicht vorbei Na jetzt haben wir hier die Die Kugeln Äh die Die Kristalle Aber das schaffen wir Das schaffen wir Sollte kein Problem für uns sein So Man sieht es ja Ich werde auch Mit jedem Lauf Eigentlich Besser Ach Jetzt bin ich zu spät gesprungen Das war geplant Das wollte ich so Das wollte ich so Hier Ganz cool bleiben Das war geplant Ja Absichtlich bin ich da runter Ich bin absichtlich zu spät abgesprungen Damit ich genau da rein renne Also ja Hier War genauso Genau so geplant So und nicht anders Ach Ich springe immer zu spät ab Weil ich halt wirklich Auf den letzten Drücker abspringen will Um so weit wie möglich zu springen Das Problem ist Wenn du wirklich auf den letzten Drücker abspringst Dann Akzeptiert es das Spiel nicht mehr Du musst Rechtzeitig abspringen Aber das schaffen wir schon noch Aber das weiß man ja von mir Auch vom ersten Teil Das war immer so Was da Das äh Habe ich irgendwann zwar hingekriegt Aber ich habe damit immer meine Äh Anfangsschwierigkeiten gehabt Nennen wir es mal so So Ah Komm schon Wie unfair ist das Einer war da noch Der eine Kürbis Komm schon Ja jetzt ist er wieder Ah Das ist halt dieses Zeitfenster in dem Spiel Das Spiel will immer so knappe Zeitfenster machen Und ich mag sowas nicht Das ist tatsächlich das Das größte Problem Das ich habe einfach Das Spiel arbeitet sehr mit Äh Mit Kurzen Zeitfenstern Dass du wirklich nur kurze Zeit hast Um irgendwas zu Drücken oder so Also Timing ist da halt wirklich Oft sehr sehr gefragt Und ich habe kein Timing So Warum Ich verstehe es nicht Manchmal macht das Wann muss ich denn jetzt drücken Ich habe es doch schon fast geschafft Der eine Kürbis nur noch So Perfekter Sprung So Perfekter Sprung Yes Das war eine Meisterleistung Drache Hier Nimm dieses Ding Das ich im Kuhstall gefunden habe Ihhh Dankeschön Mir fehlen noch vier Diamanten Dadurch dass ich dir Nicht dringend brauche Fehlen mir nur noch zwei Diamanten Ich habe alles Es war jetzt nicht so geplant Muss ich sagen Aber ist okay Habe ich jetzt nichts dagegen Sehr schön Dann haben wir auch die Welt abgeschlossen Wunderbar Und wenn ich das jetzt so richtig sehe Dann haben wir beim nächsten Mal Nur noch eine Welt vor uns Die wir abschließen müssen Und zwar die bei dem Professor Der wird mir wahrscheinlich auch noch Eine Welt aktivieren Bevor wir uns dann Dem finalen Bosskampf stellen Das bedeutet Vielleicht zwei Parts noch Dann Könnte dieses Spiel Dieses Projekt schon Vorbei sein Wow Ja flieg halt noch höher am besten Hier runter Spiral Perfekt So Dankeschön 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 Hier nichts mehr Dann wollen wir nochmal hochfliegen Weil wir dann auf die andere Seite wollen Und zwar hier wollte ich jetzt hin Weil hier nichts ist Ist da unten was? Nö Halt doch Warte mal Ist das der Weg zu dem Ich bin untergetaucht Ist das der Weg Warte mal Es gibt hier nämlich noch Eine Kugel Wo wir nicht Wo ich nicht wusste Wie ich hinkomme Ist das der Weg dahin? Ja Ist es Perfekt Ja Das sieht doch gut aus Dann haben wir hier jetzt auch Alle Kugeln eingesammelt Dann gibt es jetzt nur noch Eine Welt Die wir Abschließen müssen Und da sehen wir uns dann einfach Beim nächsten Mal An Ort und Stelle Wieder Also gut meine Freunde Das war dein Let's Play Spyro Ryptos Rage Für Heute Ich danke euch fürs Zusehen Und bis zum nächsten Mal Ciao Oh Oh Vielen Dank.